Hey Huwex jetzt zu einem weiteren neuen kleinen Huwex Tester. Ja wir sind wieder mal hier beim testen und wir haben heute ein lustig zu scheinendes Spiel. Wir haben Supraland und zwar die Demo. Mal schauen wie weit wir kommen, wie weit wir quasi hier alles machen. Scheint auch mal die Einstellung gut zu sein und ich würde mal sagen wir bewegen uns mal in das Spiel selbst. Sieht auf jeden Fall interessant aus und der Trailer hat mir sehr gut gefallen mit der Map Comparison von nur neun Quadratmeter im Vergleich zu großen Spielen wie Fortnite, Skyrim und GTA. Also der Trailer ist schon mal definitiv worth jedes Spiel auszutesten und ja ich würde mal sagen neues Spiel. Es ist eine Demo, es ist nicht das Vollspiel aber ich habe mir gedacht mal schauen was das kann. Wenn es schon eine Demo hat, dann kann man ja mal reinschauen. Mal gucken was passiert. Man schaut super schön aus. Ich bin das Männchen, das aufgewacht ist im Männchenreich quasi. Mal schauen. Auf jeden Fall cool. Out of bad. Achievement. Wow, ich liebe Achievements, die mir Sachen geben, die extrem useless sind. Was ist das? Bug? Aha. Okay. Ich kann springen. Ich bin ein Männchen natürlich. Oh Gott, mal schauen, was passiert. Oh, ist es sogar auf deutsch? Stimmt, ich kenne es hier so. Unser Brunnen ist ausgetrocknet. Gehst du mal bitte runter schauen, was da los ist. Okay. Okay, Daddy. Tschüss. Äh, ja. Uh. Okay. Hey. Nimm. Alles klar. Viel Glück. Schwert macht 20 Schaden. Okay. Ich denke mal, da ist nur Böses da drin. Also gehen wir da mal nicht rein. Funktioniert. Ui. Spring, spring. Coins. Jawohl, ich mag Coins. Nice. 30 Coins. Super Games präsentiert. Die Demo. Von David Münich. Dürfte ein deutsches Spiel sein, tatsächlich. Oh, der heißt halt nur so. Cool. Oh. Hier kommt ein Kopf. Haben wir schon genommen? Wir haben es tatsächlich schon genommen. Kann ich... Wir blocken. Noch nicht anscheinend. Ich bin raus, warum Red Towns Brunnen ausgetrocknet ist. Ja, weil die kleinen Köpfe doof sind. Okay. Da müssen wir halt auf unseren Ausweichskill beruhen. Okay. Das macht automatisch wieder Healing. Cooles Spiel bisher. Das kann ich tatsächlich durchspielen, wenn es gefällt. Könnte ich natürlich einen kompletten Playthrough machen dann. Aber hier haben wir mal das Hobiex-Test und schauen mal, was es so ist. Ne? Benutzen. Brand im Brunnen ist nie wirklich gut. Oh, hallo. Können wir da rein? Könnten wir tatsächlich auch tragen. Ich muss das erst wissen, wo es hier lang geht. Wenn wir schon mal durch können hier. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, dass es uns eventuell ein bisschen killen könnte. Ja, schauen wir mal. Vor allen Dingen ist es hier so ruhig. Ich habe das Gefühl... Secret Area. Gibt es also doch. Alles klar. Helf-Bonus. Uh, nice. Maximal Gesundheit plus 5. Ja, ich habe ein Secret gefunden. Nice. Cool. Exzellente. Und hier sind noch Münzen. Geheime Secret Münzen. Sehr schön. Okay. Das heißt, die Türe am Anfang oder das Eck des dunklen am Anfang wahrscheinlich auch noch eine Secret Area. Gehe ich da jetzt hin? Gehe ich zurück? Das ist die Frage. Gehe ich? Ich würde fast sagen, ja. Ja, weil ich habe jetzt eine Waffe. Ja, komm. Geh, mach. Hätte ich gesagt. So. Hier ist sowieso noch eine geheime Münze. Ne. Das leuchtet noch. Alles klar. Okay, wenn wir schon mal hier sind und dann die Macht dazu haben, nochmal diesen Weg zurück zu gehen, geben wir den Weg zurück. Auch wenn es quasi jetzt nichts bringt. Aber wenn man manchmal verkehrt durch ein Level durchläuft, sieht man, was es kann. Ich würde mal behaupten. Hier rein. Für ein Secret. Hoffentlich. Oder es ist einfach nur eine dunkle Wand. Verdammt. Na dann. Huch. Passiert. Wir haben gerade über 60 FPS. Gerade so. Also perfekt, ne? Hätte ich gesagt. Aber ist auch schön. Das Spiel. Hier hat zwar die 144 Hertz Powergun gemerkt, aber heho. So. 160 je nachdem. Gut, wir haben die Secret Area ausgekundschaftet. Und dann gehen wir mal weiter. Nur noch ein bisschen mehr. Oh. Die Blauen. Oh, ne. Nicht die Blauen. Die Blauen. Gehen nach Blueville und sprich mit dem König. Äh, Moody. Das ist nicht so gut wie die. Schwertschaden. Maximal Münzen. Plus zwei und zwölf Coins. Upgrade. Haben wir noch nicht genug. Aber. Okay. Schönes, interessantes Spiel erst mal. Hm. Cooles Concept. Super. Warum Mutti da jetzt hingegangen ist, ist mir jetzt ein Rätsel. Aber ich möchte erst mal Münzen sammeln. Wenn wir schon die Gelegenheit haben, die Demo alles zu erkunden. Man kann halt sagen, was es will. Es ist halt so eine Sandkiste. Und es spielt sich alle mehr oder weniger wahrscheinlich dann in der Fantasie des Kindes ab. Aber ich will hier nicht rein, glaube ich. Aber trotzdem. Das ist schon mal cool. Warum habt ihr hier überhaupt eine Blaue Seite? Ja. Immerhin ist der Rote Tell deutlich größer. Ha ha ha. Wahnsinn. Gutes Spiel. Viel besser als den Vorgänger. Okay. Finde ich schon mal gut. Okay. Was haben wir hier? Cool. Nimm ich mal an. Portal? Fast, oder? Was ist das denn sonst? Egal. Portal. Hallo? Drei. Oh. Okay, da brauch ich Sprint-Ability anscheinend, oder wie? Ja. Da muss ich Sprinten können. Goldene Fässer, bla bla bla. Ja, Mutti, ich weiß schon. Ich kann wirklich schon, ob es hier gibt. Maximal Münzen plus zwei. Tempo. Oh. Dimm das bitte. Uh, viel besser. Uh, und ich kenne auch Bunnyhoppen wahrscheinlich. Bingo. Gegner Gesundheit. Nice. Musst du sehen, sie viel schaden. Ähm, also. Dachte schon. Okay. Wir sind schneller. Und eine Münze fehlt mir noch anscheinend, die ich übersehen habe. Gut. Und hier ist auch noch eine hinten Münze. Bring goldene Fässer zum Laden, um Power-Absolfe zu schalten. Okay. Cool. Da kommen wir nicht rein. Aber hier kommen wir rein. Aber ich kann doch nicht so springen, oder wie? Anscheinend nicht. Oder vielleicht doch. Warte nochmal. Nope. Okay. Na dann. Viele Geheimnisse schon hier. So, Moody. Dann gehen wir mal. Ah, ich will diese drei Münzen. Wenn du mal Force Cube hast, komm einfach mal zu mir, okay? Komm mal hier kurz her. Bring jetzt zum Ladenbesitzer, um neu Abbrass zu kriegen, okay? Hier alleine sind schon sehr viele Münzen. Ich möchte irgendwie exploren. Das Spiel lädt einfach dazu ein. Ach so geht das. Stimmt. Das habe ich im Trailer gesehen. Okay. Aber ich muss es erst zerschlagen. Okay, ich bin viel zu schnell. Mittlerweile schon. Dammit. Machen wir mal so. Rote Holzbretter sind immer die zum Zerschlagen. So. Was haben wir hier? Vor allen Dingen, was ist das hier? Fass erneuern. Okay. Alles klar. Bams. Oh, es ist Fass. Hier ist es Fass. Ah. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Was kann ich jetzt mit dem Fass machen? Ich weiß, was ich mit dem Fass machen kann. Hier raufstellen. Kann ich mich dann hier raufstellen? So. Schauen wir mal. Bin zu schnell für das Fass. Verdammt. Äh. Ja, keine Ahnung. Ich stelle es fast mal hier her. Ah, doch. Klar. Ich bin auch noch auf dem Fass, oder? Hä? Wer kommt denn der? Ah. Komm ich jetzt da rauf, oder wie? Ich habe auf jeden Fall jetzt kurz so ausgesehen. Aber nein. Okay. Ich möchte natürlich exploren, aber... Ich glaube, ich brauche noch einen Jump Boost. So ein bisschen. Habe ich so das Gefühl. Naja, wunderbar. Ah. Hier ist auch so ein... Okay. Ich sehe. Ich sehe, ich sehe. Okay. Und dann hole ich mir noch das. Hier oben da ist ein Fass versteckt. Ja. Also hier gibt es viel zu entdecken. Alles klar. Fass. Was macht das? Mit dem Fass kannst du das fast da rauskriegen, um das denn da anzubringen. Okay. Oh, das geht dann da runter. Ist das tot? Anscheinend. Okay. Ich frage jetzt, wo die Abweiß Mutti? Warum ist denn so viele Münzen? Von Kakteen. Von Kakteen. Wachst das. Okay. Da wachst... Ah, helf. Ich brauche natürlich wie immer erst ein paar Münzen. Ich könnte mir vorstellen, das Spiel länger zu spielen. Tatsächlich. Seems funny. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist ein Kristall. Voll. Oh Mann. Gut. Monster lassen, jetzt Münzen oder Gesundheit fahren. Oh nein, ich bin voll auch noch. Okay. Dann muss ich mal zurück ins Village. Vielleicht ist das, was ich besucht habe. Ich komme mir gar nicht zum Ende, ne? Bekomme ich falsch an? Nee, gibt es ja nicht. Okay, gut. Hey. Bringt das was? Nee, es ist nämlich auch rot. Aber die Frage ist, ob das überhaupt was bringt. Oder ob das nichts bringt, weil er rot ist. Schauen wir mal. Warum sind hier Dinger im Dorf? Das ist also meine Sache gerade. Ey. So. Das sieht gut aus, aber die Farbe. Kannst du einen weißen Kristall einsetzen? Ich lasse den mal hier. Ich suche mal einen. Hier ist nämlich ein Gelber. Hier ist ein Gelber. Ich habe eine Idee. Schauen wir mal. Natürlich. Natürlich. Warum soll es noch anders sein? Warum soll es noch anders sein, ne? So. Ach so. Hier ist nur voll. Da geht es nicht weiter. Aber. Was ich machen muss, ist, wenn ich schon mal hier bin. Muss ich hier zum. Ah Gott. Ich weiß, dass ich das andere machen muss, aber ich muss hier so viel nehmen. So. Schwertschauen. 65 Coins. Das hilft mir nix. Vor allen Dingen dann. 80. Was heißt das? Naja. Vielleicht brauche ich 80 live oder so. Was kann das? Wasser. Okay. Gut. Aber wenn wir das schon mal offen haben, kann ich das zumindest machen. Gut. Ich finde die Betten cool, dass die aus Radiergummi sind. Tatsächlich. So. Secret Area. mit einem Fass. Was mache ich mit dem Fass? Hier gibt es so viele Fässer. Ich weiß es nicht. Egal. Was soll es? Ich soll mich jetzt wieder auf die Quest kommen. Konzentrieren. Auf die Hauptquest. Sehe ich ein. Hier können wir sowieso nix machen. Das ist noch zu hoch. Okay. Und dann? Dann schauen wir mal wieder weiter. Hätte ich gesagt. Hi. Ich muss noch mal kurz hier rauf schauen. Idle. Idle. Bla. So. Hier sind auch noch Sachen. Gut. Die Frage ist halt auch, ob wir schon so weit springen können oder nicht. Ich brauche mehr Speed oder mehr Jump. Aber ich glaube ich brauche mehr Jump. Weil ich es auch brauche für... Hier ist noch immer rot. Okay. Obwohl der Crystal weg ist. Interessant. Wenn wir schon mal hier sind. Cool. Okay. Oh. Ein blauer. Das ist doch doof, aber hey ho. So. Wir sind bei den blauen. Es kann sein, dass die uns auch attacken. Da sind sicher solche Bouncy Felder. Nehme ich mal an. Ja. Das haben wir noch nicht. Und diese... Überall diese... Roten... To... Äh... Gräber. Hey. Darum ist der große Crystal... Möchte ich den McGuffin, habe ich gehört. Okay. Wahrscheinlich ist der Boy, heißt er so. Okay. Okay, da können wir nicht rum. Wie auch immer. Hier ist definitiv eine Mine. Okay. Nice, wenn man Münzchen bekommt. Hi, Mutti. Kannst du versuchen, auf das Ding über mir zu schießen. Wie denn? Wie? Wie? Wie ist halt die Frage jetzt. Okay. Also wir können noch nicht ins Blau-Dorf. So, will ich mal safe. Oh, hier ist eine Kiste. Gesundheitsleiste. Die neueste technische... Also hier gibt es eine Wissere Präsentation des Gesundheitsstaates. Die hellen Teile der Leiste zeigen an. Wie weit die automatische Regeneration reicht. Okay. Auto Regeneration. Activated. Okay. Irgendwo muss ich jetzt auf jeden Fall runter. Das ist auch nicht offen. Okay. Die Frage ist halt... ...ob die Demo einfach dann aufhört, weil wir das nicht haben am Anfang. Oder... ...wir müssen das jetzt irgendwie finden, einen Bogen zu bekommen. Das ist halt die Frage. Wow, jetzt wäre ich da hochgekommen. Verdammt. Jetzt wäre ich da echt hochgekommen mit... Es war jetzt irgendwie komisch, aber ich bin hochgekommen. Oh Mann. Verdammt. Ich muss für diesen Sprung hier machen, aber ich glaube, der... ...scheint leichter zu sein, oder? Nicht wirklich, ne? Können wir das machen? Nee. Sonst irgendwie hier noch was? Da oben geht's auch noch hoch. Äh, hol dir einen MacGuffin aus dem Roten Kristallturm. Ah, den hier, oder? Alter. Okay. Okay. Okay, wir brauchen alle so ein Fass. Das öffnet das hier. Okay. Okay. Secret Area, eventuell. Hier gibt's Secret Münzen. Ich hätte gerne... ...bitte einen Buff, was das wieder betrifft. Anscheinend nicht. Ha. Schade, ich hätte... ...die erste Quiz quasi dann noch verändert. Aber ich schau mal zurück in mein Heimatdorf. Nur mal kurz. Der rote MacGuffin. Was ist der da drüben? Die Frage ist halt... ...ich komm mir nicht vorbei. Okay. Okay. Ich schau mal mal. Gibt's hier irgendwo einen Merchant? Ist mal die Frage. Sonst muss ich mal kurz zurück ins Dorf. Weil, wie gesagt, ich bin voll. Und vielleicht haben die jetzt... ...durch diese Quest-Aktualisierung... ...erst mal... ...wieder aufgestockt oder so. Wäre vielleicht nett. Ich brauche wieder definitiv Double. Was haben wir denn hier? Was ist klar? Okay. Das kann ich wohl auch nicht betreten... ...ohne Probleme. Okay. Wie auch immer. Ich scheine hier ein paar Sachen zu machen müssen. Schauen wir mal. Vielleicht gibt's ja was Neues hier. Oder auch nicht... ...Sechs übrig. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich ein Fass hab. Und ich hab hier irgendwo ein Fass gelassen, ne? Letztens. Hier, ne? Ey. Hallo, liebes Fass. Komm mal mit. Ich weiß nicht, ob das das richtige Fass ist. Dafür aber... Das ist das Einzige, was ich jetzt im Moment tun kann, weil sonst weiß ich auch nicht weiter. Das ist halt die Sache. Da oben ist auch sowas rotes. Ne, Jungs, sorry. Ey. Ey, wie viel das sind vor allem? Komm, geht weg. Ich hab ja nichts getan. Oh Gott. Uff. Alter. Wie viel das sind. Dammit. Das war viel, äh... What the fuck. Okay. Das wär fast schlecht ausgegangen. Aber hey. Wir sind mal hier. Was bringt mir das? Der Schlüssel. Okay. Was ist der Schlüssel? Okay, ich hab vielleicht ne Idee, was der Schlüssel sein könnte. Warum fällt der nicht runter? Fall jetzt runter, bitte. Muss ich das mehrmals machen? Oder ist dieses einfach wieder nur ein Beispiel, dass das zu leicht ist? Ha. Muss ich da draufstehen? Ne, kann nicht sein. So, wo ist der Boy? Hier ist er. Gut. Tja, anscheinend ist das zu wenig, ne? Naja. Ich würde mal sagen, ich hole mir jetzt die Maximal Health. Und... Ja, hier ist auch zu. Hier ist sonst überall zu. Hm. Was könnte ich denn noch machen? Schauen wir mal. Oh, hier ist noch was. Ich meine, es ist ein nice way to travel, doch. Aber sonst... Wenn das ein Rätsel ist... Cool. Aber... He-ho. Naja. Dammit. Na ja. Ich weiß, dass ich den Schlüssel von da oben brauche. Da der nicht runter geht... ...weiß ich nicht, was ich hier drauf sitzen könnte. Ein zweites Fast vielleicht? Das wäre noch eine Alternative. Aber was sind die restlichen Fässer? Das wäre die Frage. Das wäre die Frage. Fassilein. Naja. Wie auch immer. Das war mal ein kleiner Eindruck in das Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns, falls ihr Bock auf mehr habt. Dann fange ich von vorne nochmal an. Und ja. Ähm. Bis jetzt hin. Spielt schon brav weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.